Evan Macaulay Diagnostizierte Schizophrenie mit 14 Nachdem du dir mit einem Teppichmesser die Worte Sieh hinein in die Brust geritzt hast Sieh hinein Wieso diese Worte? Was davon gehört dir? Das können Sie sich sparen, was auch immer das hier sein soll Weil nichts davon mir gehört Gehörte er dir? Ich wünschte, ich wüsste, wovon Sie sprechen, aber ich weiß nicht, was Sie sagen Hey Gott! Jedes Mal, wenn du sagst, ich weiß es nicht, wird dieser Abzug gezogen Gehört er dir? Ehrlich, ich weiß es nicht, haben Sie den Verstand verloren? Letzte Chance, Evan Gehört das Dir! Hallo, alter Freund Hallo, alter Freund Steig ein! Das ist nicht dein erstes Leben, Evan Du bist ein Infinite Du bist Tausendmal Geboren und gestorben Redest du von Reinkarnation? Wenn du dich erinnerst, wer du warst Wirst du verstehen, wer du wählen kannst Wirst du verstehen, wer du wählen kannst?